Auch ich möchte Sie heute Abend ganz herzlich hier begrüßen. Kurz möchte ich Ihnen den Weg des diesjährigen IV-Kurses nachzeichnen. Zu Beginn des Schuljahres 2011-2012 erhielt ich eine Liste mit Schülernamen für den IV-Kurs. Einige dieser Namen verbande ich direkt mit Gesichtern, Erlebnissen oder auch bestimmten Eigenschaften. Einige Namen kannte ich nicht. Zur ersten Unterrichtsstunde erschien dann ein ganz bunt gemischter Haufen. Ein Schülergrüppchen. Wohlgemerkt, es war kein Grüppchen. Es war eine Riesengruppe von fast 30 Schülerinnen und Schülern. Der eine meinte, er spiele gut Gitarre. Ein anderer hatte Klavier gelernt und viele wollten ihr sängerisches Talent unter Beweis stellen. Gesagt, getan. Doch das war gar nicht so einfach. Schon zu Beginn merkten wir, dass die Geschmäcker, das Engagement und auch die Fähigkeiten ganz unterschiedlicher Natur waren. Doch wir mussten damit leben und versuchen, das Beste daraus zu machen. Unsere Bemühungen münden in die heutige Show. Musik ist. Musik ist vielseitig. Sie ist individuell. Genauso wie die Charaktere und Ausführenden des heutigen Abends. Hinter diesen Namen auf meiner Liste verwagen sich zum Teil große Talente und eine wirklich tolle Gruppe, auf die ich sehr, sehr stolz bin. Und die es trotz aller Unterschiede zusammengefunden hat und sich zusammengefunden hat in der Musik. Denn Musik ist. Applaus Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020